Mein Name ist Dominik Ebling, bin 28 Jahre alt, arbeite bei der ABB in Mannheim und bin dort verantwortlich für die technische Entwicklung der Schnellladinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Mein Name ist Nadine Nellen, ich bin 26 Jahre alt. Ich bin Wirtschaftsingenieurin und arbeite bei der Firma Clage als Projektmanagerin in der Entwicklungsabteilung. Ich bin Kevin Hermanns, 33 Jahre alt, war die letzten fünf Jahre in der TU Darmstadt als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet für Leistungselektronik beschäftigt und seit Februar beschäftige ich mich mit vier Kollegen mit einer Unternehmensgründung auch im Bereich der Leistungselektronik.